So, ich hab alles bekommen. Können wir mal schauen, wann Lila kommen wollte? Vor 10 Minuten. Zu spät. Aber so kennen wir sie ja, ne? Hi! Ja, ich musste echt noch in 3 Läden, bis ich alles hatte. Das ging nicht früher. Schau mal, was wir bekommen haben. Das sieht ja super aus. Das wird so klasse heute Abend. Hast du auch alles bekommen? Na klar. Klasse. Das wird so cool. Okay. Wollen wir dann gehen? Ich hab vorhin noch Vanessa und Zoe getroffen. Und die gehen noch in den Park. Wollen wir da auch mal vorbeischauen? Ich hab gedacht, wir verbringen deinen Geburtstag zu dritt. Nur wir drei. Es sind Freunde, nicht? Aber ich hab auch ein bisschen was zu trinken besorgt. Und da können wir mal anstoßen auf deinen Geburtstag, oder? Was meinst du? Medisabend? Park.